Ich habe ein neues Secret Layer, und zwar Sun's Mercy. Bitte nicht downvoten, nur weil ich das öffne. Dankeschön. Dieses Secret Layer wurde mir von einem meiner Patrons zur Verfügung gestellt. Vielen lieben Dank an dich, Hasan. Das ist ein Secret Layer in Rainbow Foil, und zwar Sun's Mercy. Ein Secret Layer, das darüber witzig ist, dass es Sun's Groß- und Kleinschrift hat. Dieses Meme von Spongebob, was ihr hier jetzt kurz seht, ist so einer der Auslöser gewesen. Und ja, da ist Wizard ganz groß draufgesprungen. Dementsprechend. Thank you for being part of Secret Layer. Und dann gucken wir uns die Karten an. Ja, Secret Layer, sehr, sehr spannende Sache, meiner Meinung nach, mit diesem Ding irgendwie. Wir haben einen Doom Blade, und hier seht ihr, was ich meine. Dieses Doom Blade Destroy Target Non-Black Creature. Talk about putting the O in Shadow. Junge. Das ist ein cooles Artwork. Warum ist das so hart verschwendet auf dieser Karte? Ich finde das Artwork richtig gut von Doom Blade. Ja. Ihr wisst, worauf ihr euch einlasst. Es gibt Leute, die feiern das immens. Es gibt Leute, die hassen das abgrundtief. Ich persönlich sage, ist mir egal. Wenn die Leute es feiern, dann bin ich fein damit. Dann haben wir einen Massaker. Auch hier ein geiles Artwork. Oh mein Gott. Und eine sehr gute Karte, wenn Death in Texas jemals wieder ein Deck werden wird. Weil alle Kreaturen kriegen Minus 2, Minus 2. Wenn man einen Sumpf kontrolliert, geht an der Ebene, kann man die umsonst casten. Sehr, sehr gute Karte. Dann haben wir Torment of Hellfire. Für zwei Schwarze und X machen wir das X mal. Und zwar für der Dieter geht nach X Leben. Es sei denn, er opfert ein nichtlandpermanentes oder wirft eine Handkarte ab. Das I hope is free. I hope X is free. Hahaha. Ist ja auch so ein dummer Witz drauf. Oh no. You are so scary. Roffel, I'm dying. Roffel. Oh mein Gott. Ich fühle mich gerade alt. Lol und Roffel habe ich ja schon ewig nicht mehr gelesen. What the ffff. Was? Ich fühle mich alt. Dann haben wir Ruination. Uch, wah, wah, please don't cry. Oh, wah, wah, wah. Oh, wow. Oh, wow. Haben sie da Dad-Jokes rausgehauen. Und I'm not a dad, but I'm older as one. Ruination, zerstöre alle Non-Basic-Lens. Sehr, sehr gute Commander-Karten, die jeder am Tisch liebt. Auch Tormit of Hellfire ist so beliebt im Commander. Oh, Junge. Oh, Junge. Und wir haben noch Mogis, God of Slaughter. Der hat... Da steht wirklich LOL drauf. Da steht LOL drauf. Vier Mana, sieben, fünf, unzerstörbar. Und wenn die Devotion zu schwarz und rot weniger als sieben ist, ist er keine Kreatur. Und zu Beginn ihres Versorgungssegment fügt Mogis einem Spieler zwei Schaden zu, es seien eropfert was. Die sind alle schwarz-rot, das heißt, man kann ihn als Commander wählen und die da reintun. Sie passen alle sehr, sehr gut in dieses Deck. Alter, dass da LOL draufsteht, ich komme da drauf nicht klar. Und wir haben Spiteful Prankster. Da ist gar kein... Bist du die... Die Karte? Ich weiß jetzt nicht, was die geheime Karte ist. Fünf Rainbow Falls. Zwo, vier, fünf... Das ist die. Spiteful Prankster ist die geheime Karte. April Fools. Drei Mana, drei, zwei. Solange es unser Turn ist, hat er Airstrike. Immer wenn eine andere Kreatur stirbt, fügt er einem Schaden im Spieler oder Planesburger zu. Das ist keine schlechte Karte. Das ist ein sehr cooles Mogis-Starter für Commander. Sowas mag ich ja. Aber... Oh mein Gott, diese Witze und dann dieses große... Ich sag da nix zu. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Vielen Dank an meinen Patreon. Wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr das bei Patreon tun. Ihr könnt Daumen nach oben geben, mich abonnieren, das geht auch. Oder ihr könnt bei Patreon reinschauen, so wie diese coolen Leute, die das hier machen. Und dort könnt ihr ab drei Euro mich unterstützen. Ab einem gewissen Betrag kommt ihr auch hier in diese Karte rein. Dann werdet ihr über mein Gesicht eingeblendet und von mir als besonders cool betituliert. Vielen Dank an alle von euch. Ihr unterstützt mich extrem. Ohne euch wäre mein Channel nicht mehr ansatzweise das, was er ist. Und deswegen vielen, vielen Dank an euch. Und wie gesagt, wenn ihr es nicht könnt oder wollt, nicht traurig sein, abonnieren, Daumen nach oben dalassen. Und das hier überleben. Und ich hoffe, ihr habt Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacks 8. Ciao, ciao. 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 Ciao.